Katzlei Cockshow wird gesponsert von peach.ch Mit Druckerfarben kräftig sparen Los! Ok! Wir machen Kochshow Nr. 110 Mit Christoph Gucka, gell? Hallo! Hallo! So, was machen wir mit? Wurst-Kässe-Salat Wurst-Kässe-Salat? Das haben wir nicht gemacht, ja. Und mit einem Ringsteak. Und, da koche ich jetzt noch die Tördlschel auf, die in den Salat kommt. Ja, das machen wir nachher. Da habe ich die Tördlschel. Ja, die Tördlschel. Ja, die Tördlschel. Ja, sehr gerne. Mit Tomaten drin und Mozzarella. Und die Arztsoße mache ich auch selber dran, habe ich angekalt. Mhm. Jetzt lebe ich den Ringsteak mit etwas Salzgewürz und den Brautpfannen rein. Und dann kann man schon wieder essen. Dann machen wir noch einen kurzen Kurs heute, gell? Ja. Komm mal noch, sehr herzlich. Und ja, dann gehen wir nachher. Also, versuchst du schon mal dritter? Nein, nein. Ist noch nicht offen. Äh, ist noch nicht gekocht. Aha. Entschuldigung. Mh, müssen wir warten. Ja. Mhm. Äh, ja. Mh. Mit heissen Brotpfannen nachher. Mhm. Ein paar Minuten, drei Minuten pro Seite machen. Und dann spart es wieder fertig. Und der Solarkort hat noch eine kleine Zeit. Ich muss jetzt hören. Ja, meine. Schöne Zeit, oder? Okay. Wir haben ja eh erst. Ja, jetzt sind wir auch mal frei. Also, ich würde sagen, jetzt ist gerade Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Also, bis Montag habe ich frei. Ja. Ja. Ja, habt ihr auch mal frei, gell? Selten. Aber jetzt sei ich frei. Kannst du machen, was willst. Kannst du sagen, wie hatten wir möchten. Gerne Milano oder so. Jetzt sei ich auch frei. Mhm. Ja. Schön, oder? Okay. Schönes Leben, oder? Ja. Richtig gutes Leben. So. Gehen die Ferien jetzt? Nein, nein. Das ist nicht ganz. Nein, ich sage einfach, ich habe jetzt mal vier Tage frei. Das heisst, noch lange, dass ich in die Ferien gehe. Aber ich könnte wenigstens mal. Einmal. Schade. So. Nicht mal wieder Sturm vor. Ja. Das ist ein Schuss. Das war aber ganz gut. Was ist das jetzt? Ich bin immer anständig geschlossen. Das ist wirklich so. Ja. Also, du musst... Ja. Ja. Was denn? Ähm. Kannst du noch sagen, vom Metzger? Wenn das Kind gekommen ist, oder wenn du sagst, machst du das Würstchen? Dann können wir es nehmen. Ja. So. Aber normalerweise macht es der Metzger mit den Schnittmaschinen. Aha, ja, ja. Ich weiss nicht mehr genau. Ich weiss nicht, ob meine Mutter damals gegangen war, zur Metzgerei Weiblen in Galingen. Wenn es immer gefällt, magst du ein Würstchen und dann hast du einen Schnäffel bekommen. Gratis. Ja. Ja. Aber Jona hat man auch immer bekommen, oder? Früher. Scheibenweis. Ja. Aus der Fall. Ja. So. Jetzt müssen wir auf das Essen erwarten. Also. Also. Mhm. Ähm. Ich schneide hier einfach selber her. Ja, ja. Das wissen wir schon. Äh, wir haben noch Garnischen, oder? Im Kühlschrank. Was immer? Garnischen. Ja. Was ist Garnischen? Äh. Das ist Gurken. Ah, Garnischen, Garnischen. Das heisst Garnischen. 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 Weisst du, wo wir noch haben? Berlach. Ja, da passt nicht. Berlach bist du. Entschuldigung. Ja, Garnischen. Ja, Garnischen. Garnischen. Das ist eine Kuh, äh, das ist ein Wurstchen Kessel. Und. Okay, okay. Garnischen. Du machst mit der Spaghetti. Garnischen. 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 Also, das ist es einfach schon. Jetzt ein Trigger. So. Und Garnischen. 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 Ah, da kommt man. Da hilft ich dir mal. Garnischen. Ja, der ist schön filmen, wenn ich mal arbeite. Oh. Ja, gut. Mach viel komischer, ja? Das ist immer bei dem Wurstchen Kessel. Ja, das passt perfekt jetzt so. So, bitte schön. Ja, das ist immer so selten heute, dass man ihn liebt. Ja. Ja, ja. Ich freue mich auf den Pfiff und höre dich nicht mehr in den Finger. Wie viel brauche du? Verlangt. Okay. Ja, das ist sehr fein. Dann machen wir noch die Tomatel, gell? Und dann, ja? Ja. Gut. Ja, wenn ihr Drabi-Mehl da, gell? So, schön zack, zack, zack. Wie viel brauche ich? Ja, vielleicht noch Tomate waschen. Nein, wollen wir waschen, nein. Kommt schon gut. So, vorschneiden und dann macht noch. Ist schön am Film, gell? Ja, gut. So. Schön. Ja, wir haben uns hier vorher schon gewaschen, das weißt du nicht. Wir haben uns hier schon lange gewaschen, weißt du, wir haben eine lange Vorproduktion, sind alle gewaschen, perfekt. Sind ja Bio, gell? Ja, ja. Nein, sind nicht gewaschen, aber das ist Bio. So, wie viel Tomate wirst du? Na, ist gut, ist gut. Ja? Lange. Okay, und dann noch Puppet-Puppets. So. 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 Und zwar authentication. Okay. So. Kommt drauf, ja. So. So якобы So. Hierher. Das ist etwas anderes. Wo hast du denn eine Ritsche, Ratsche? Da gehst du doch nicht drin. Doch nicht mal. Nein. Ja, ist rufig. Nein. Das ist ein Riebkreuz. Da gehst du nicht drin. Nein. Ja, warte mal. Speziell auch. Hm. Möchtest du das suchen? Ja. Hm, gut versteckt. Ich weiß nicht was ist. Ich muss einfach ein Vierteln. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Ja, sehr gut. Wie machst du den Salat dazu? Ich mache den einfach gerade. Ich werde mich jetzt anscheinend um die Zeke kümmern. Ja. Salat dazu. Ja. Ja. Und jetzt geht's weiter, gell? Jetzt hast du es ausgerätig. Jetzt habe ich hier ein Senf rein. Ja. Ich mache hier noch Kräuter von Tomaten und Mozzarella. Kürz. Ich tue noch ein bisschen rein. So. Das Lot. Gut. Paprika. Salz. Pfeffer. So. So. Jetzt müssen wir unsere Schwingplassen schnell holen. Dann in den Raum. Jetzt können wir hier einfach alles verwirren. Dann ein wenig Essig. Nehmen wir ein wenig Essig. Ganz bisschen. Sehr gut, oder? Sehr gut. Helmut. Ja, Helmut. Sehr gut, ja. Okay. Scheint lecker zu sein, oder? Ja. Gut. Gut, dann haben wir da. Mhm. Vielleicht haben wir schon Zeit, bis die Handle auskühlen sind. Ja. Und dann können wir den Salat rein tun. Gut. Äh, das ist noch nicht so weit, weil die sind noch recht warm. Die kann ich jetzt auskühlen. Mhm. Und in dieser Zeit können wir mal schnell einen Cut machen. Ja, mal einen Cut. Ja. So, jetzt Kugi. Also, den Salat habe ich jetzt zu tun. Ja. Ja. So, das mache ich jetzt noch ganz schnell verrühren. Mhm. Und hier langsam überall verteilen. Ja. Dann ist der Salat schon fertig. Da mache ich jetzt gerade den Printsteak bereit. Ja. Das ist schon gut. Ja. 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 Das geht. So, was ich mache? Ja, das ist gut. Komm, wann hilft der? Achtung. Ja. Ja. Einmal zweimal dreimal. Das ist schon schwierig. So. Mit Liebe. Mit Liebe. Genau. So. Genau. So. Gut. Ja. Und das ist der Salat. So gut. Salat habe ich jetzt aus dem Tüter. Ja. Äh, noch ein bisschen Ruhe. Ja, gleich. Ja. Wie ist es? Fein. Ja, fein. Gut. Gut. Jetzt nehmen wir die Steak rein. Ja. Dann machen wir das weg. Dann machen wir das weg. Ja. Kommt gut. Echt das? Ja. Ja. Dann nehmen wir den Apfel. Ja. Das ist ja heute noch mal zu viel, ob das? Ja. Gut. Kann ich da auch schon mal Füße geben? Ja. Ist das schon mal? Ja. Ja, das ist schon. So. Noch so gut. Ja. Und dann können wir die Zelle präsentieren. Ja, gerne. Ein bisschen Wurst zu laut und mit Fenestelle. Hast du schon im Prinzip mit Fidesz drauf? Ja, nicht ganz. Noch eine. Ja, machen wir doch. Fenestelle meistens für den Wurst. Mmh, okay. Ein bisschen mehr und dann nicht. Mh, okay. Ich würde sagen, dass wir mit dem Ricoche abschliessen, dass wir einen Teller machen. Ich habe es ja gerne ein bisschen roh. Ja. Ihr auch, oder? Ja, ja. So, einmal noch kehren. Und dann brösel ich noch. Das ist genau in einer Minute fertig. Ja, genau. Ja. Und dann können wir es gerade präsentieren. Mhm. Pieren. Ist es gut, oder? Ja. Und jetzt stellen wir Sebastian. So, jetzt noch ein schnelles Teller Sehr gut, und dann mit ein bisschen Salat Ja, gerne Ist schön Salat So Leute, das wäre eine Kursstunde Nummer 110 gewesen Wir sind uns bei der 111 wieder Und was isst du nicht? Machen wir eine Weile? Ich komme am Samstag Das wäre gut, die macht... Was ist das? Sie macht Filet im Teig Ja, selbstverständlich Alles gut, Cut Yeah Die Die Bis zum nächsten Mal.